Seid herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwarze Edition. Wir befinden uns in Septerna City und haben eigentlich vor, die Arena leider herauszufordern. Allerdings nicht mit allen unseren bisherigen Pokémon. Nein! Ich will nicht... Warte mal, wieso willst du eigentlich nicht kämpfen? Und ich sollte meinen Sound hier ein bisschen leiser drehen. Äh, warte mal kurz. So, jetzt ist besser. Denn ich will das Ganze ja hier nicht mit Webcam aufnehmen, nein. Ich bin es ja ohne Facecam-Hahn. Ich habe mich eben schon gewundert, warum sie nicht kämpfen wollte. Nein, sie waren ja lieber drauf, bis ich sie anspreche. Auf geht's, Tucker. Tucker Schockwelle. Oh, das ist, äh, nicht gerade viel, was er abzieht. Amazon, sorry. Oh, ich kann eigentlich gar nicht so richtig sitzen. Denn die letzten beiden Teile habe ich mich komplett gequält mit, äh, einem Hexenschuss. Jetzt ist, äh, weit, es geht weg. Ich habe mir trotzdem noch eine Wärmepflaster drauf geklatscht. Aber aus Sicherheitsgründen. Und ich hoffe, dass die Schmerzen eigentlich, äh, komplett, äh, morgen wieder wechseln. Aber das Kratz unter dem Pflaster. Ich halte das Video, glaube ich, ein bisschen zu dicht. Aquaknall. Und weiter Aquaknall. Aber es schläft. Es schläft. Ich sollte mein Desktop mal ein bisschen aufholen. Das sind schon wieder zu, zu viele Dateien. Hauptsächlich wieder! Oh, was? Du hast verloren? Lati, mit dem Regeln das! Regeln das bitte mit Ruckzicki! Danke! Hier reicht Level 30 Tokarab noch 170. Sehr schön. Und mein Stuhl knarzt. Aber ich bin einfach zu faul, den ein bisschen zu uh. Ich werde dafür sorgen, dass deine Pokémon wieder fit sind. Okay, Kleist Michi, du erzählst mir jetzt mal bitte, wie du es schaffst, an einem Pokémon ranzukommen, wenn du noch keine 10 Jahre alt bist. Du bist mit Sicherheit noch keine 10! Ja, ich glaube, Trunker wäre gerade noch nicht schlecht nochmal. Alter, das juckt auf den Schornklaster! Mann! Mal davon abgesehen, dass es sowieso ziemlich heiß ist. Und es riecht ein bisschen nach Menthol. Kommt mir jedenfalls so vor. Kann mich aber natürlich auch täuschen. Ich weiß gar nicht, was ist in diesem Klasse eigentlich drin oder? Ich weiß gar nicht, was ist in diesem Klasse eigentlich drin oder? Und die äußerlichen und bestimmungsgemäßen Anwälte. Da ist so ein Hydrogen, was da drauf ist. Aber was ist in diesem... Ich weiß gar nicht, dass mein Name hier ist. Aber was ist mir? Ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Datz'nein. Ähm. Die einzige von den hier sind, das wäre mir HIG-O-Kennflasches. Dann würde ich von dir sagen, was Finally gehört auch, woher das was ist? Äh? Ich bin nochmal weitergericht. Bietet eine Zweifache Rundung. Zunächst leicht kühlen, danach anwendet werden. Zur Linderung von Muskelschmerz ist beispielsweise Schultern, Nacken und Trüben. Durch Erinnerung wird der Durchblutung angekriegt und chronische Muskelschmerzen werden gelindert. Gehe Flasse spinnet es mit der Haut und Feuchtigkeit. Das Flasse passt sich dem Körper an und ist einfach in der Anderen. Ja, das ist mir schon klar. Das merke ich ja. Erst war es leicht kühlen, wo ich zusammengezogen bin. Und jetzt ist es ziemlich warm. Zwei Mal Ticken in der Kasse auf den kommenden Breche aufzubringen. Die Dosierung kann entsprechend den Symptomen der Patienten erhöht werden. Achso, alles klar. Ja, klar. Gut, ja. Und wie lange soll ich da drauf halten, mindestens? So lange, bis ich die Schnauze voller von der Hitze? Erst mal anders hinsetzen. Eigentlich kann ich, dass er hier mit Kontrolle spielt. Das ist ja das Gute daran. Von der nette Hinweise. Vor dem Duschen oder Baden, Pflaster entfernen. Das ist klar. Und die Stelle sorgfältig mit Seife waschen, um ein Hitzegefühl zu vermeiden. Bitte mit Laubarmen statt heißem Wasser duschen oder Baden. Als wäre ich mit heißem Wasser duschen. Bei mir ist es eigentlich grundsätzlich lauwarm. Mal ein bisschen wärmer, ja, aber zu heiß. Nee, nee. Das ist ja nicht meins. Okay. Aber hier genauso geht's. Oh. Ich hab ja deutlich noch die Fatsch-Pokémon zu. Aber... Ich möchte Tuka gerne bitte in Zimla... ... äh, haben. Ich muss mir sogar so überlegen, welche... ... welche Pokémon wir später noch haben wollen. Aber wir kriegen ja... Wir haben jetzt nachher die Chance... ... doch größtenteils legendäre Pokémon zu verfangen. Und das schon vor der Liga. Wieso wird das einigermaßen schwierig? Also... ... sollte ich mal so langsam überlegen, welche... ... welche Pokémon wir überhaupt leben. Also... Also... ... sollte ich mal so langsam überlegen, welche... Wir haben jetzt auf jeden Fall hier dieser Ringer mit Normal-Pokémon zu tun. Das heißt also, für Normal-Pokémon wäre also ein... ...Karadonis... ... mit Kampfattacken nicht schlecht. Schockwelle. Ich muss es ja nur ein bisschen... ... äh... ... schmecken. Ja, muss sie. ... ... näh... ... äh, ich hasse wieder euch. Ich habe ein bisschen. Ich bin ein Moslem. Ich habe eine Spiegel-Energie, weil ich nicht anders habe. Super Ball! Fuck! Was? Wie? Warum? Warum? Ich habe Angst, dass ich jetzt noch eine Attacke einsetze, dass es drauf geht. Was soll's? Energiefokus! Komm, einmal gehen noch, einmal gehen noch. Oder vielleicht noch nicht? Ja klar, aber wenn ich das einsetze, hat das nie so viel drauf, oder was? Oh Mann. Los, fangen wir mal an. Da hat man ja geschrieben und fragt, was er ihn sogar macht. Dann werde ich ihm mal antworten, dass er ihn sogar aufnimmt. Oder besser gesagt, dass er immer in der Aufnahme ist. Äh... Man sollte es auch richtig schreiben. Aber... Du bleibst jetzt drin, Karadonis? Ja, Fuxi? So ist es. Ich schreibe dir mitten in der Aufnahme. Und deswegen wurdest du jetzt auch gerade erwähnen, was ich dir aufschreibe. Ich bin mir sicher, dass du dich freuen wirst. Alter, dieses olle scheiß Karadonis legt hier mein ganzes Team schon wieder flach. Bleib doch mal gefälligst in dem Pokéball. Wie geht doch? Warum nicht gleich so? Oh nein, man muss erst mein ganzes Team auf Eis legen. Spitzname. Nein, da es nicht im Team bleibt. Ja, ich habe ja hier nebenbei, ähm, Second Life laufen. Und, äh, naja, was soll ich sagen? Wir unterhalten uns quasi hier. Und weil ich jetzt schon eine Weile nicht geantwortet habe, war ein bisschen neugierig, was ich denn mache. Und deswegen habe ich ihm das jetzt geschrieben. Äh, ich konnte bloß nicht, ich sollte bloß mal langsam drauf klarkommen. Wollt mal, habe ich die jetzt geheilt? Ja. So. Pokémon bewegen. So. Karadonis kommt mit. Für. Ach, da unten. War schon verwirrt. Äh. Ja, klar. So. Nächstes Thema. Äh. Den Arena leider werde ich sowieso in dieser Folge nicht beschaffen. Davon mal abgesehen. Wir könnten aber mal kurz gucken, was kann Karadonis überhaupt für Attacke. Doppelkick. 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 Doppelkick ist so. Doppelkick ist auch die einzig Braubachattacke für mich. Egal. Oh, seh mal an. Mein Anliegen ist es, Dinge zu sehen, die anderen Leute verborgen bleiben. Ich möchte die Wünsche der Pokémon in ihrem Punkt werden sehen. Ich will den wahren Sinn des Trainer-Daseins erkennen. Und ich will eine Zukunft sehen, in der die Pokémon glücklich sind und unzufrieden sind. Diesen Wunsch teilst du doch mit mir. Nicht wahr? Sicher. Warum sollte ich den nicht mit dir teilen? Lieber Schee, dann erlaube mir, an deinem Beispiel zu überprüfen, ob es mir zusammen mit meinen Freunden möglich ist, einen Blick auf eine solche Zukunft zu erhaschen. Ich habe hier ein bisschen alles hinsetzt. Eigentlich ein Perfekt ist doch eigentlich ein Düsseldruhr-Einsatz. What? Das müssen wir aber noch üben tun, Galle. Ich muss nur unbedingt pushen. Was die Stärke an... Was die eigentlich ist... Schallquabe. Nee. Los, Galle, Galle. Warte mal, das... Aber das ist von Tüb-Bohen, das ist scheiße. Aber nächst gegen Kallonis. Paktibug. Und Tüb-Kampf. Ein Typ Flug wäre da... Also, Nadine. Niedlich, wenn sie schreiben. Na ja, ich meine dich, Kotaro. Ja, die Zukunft ist ungewiss. Ja, das ist schon mal so. Da kann man machen, was man will. Mit den Freunden, die mich im Moment umgegen, könnte ich niemals alle Pokémon in die Freiheit lassen. Noch komme ich nicht auf die Formel, mit der sich das Los der Welt ändern lässt. Und ich weiß auch schon genau, wer diese Macht für mich bereitet. Zikron, das legendäre Pokémon, der einst zusammen mit den Helden die Einhaltregion gründet. Und selbst werde ich selbst zum Helden aufsteigen. Und wir beide werden Freunde sein. Ja, und das kann gut sein. Hm. Habe ich ja doch noch was Produktives überhaupt gemacht hier. Ich habe schon gedacht, ich verbringe die ganze Folge nur da drin, damit mir ein Kampf-Pokémon zuzulegen. Egal. Die Folge ist auch hier schon vorbei, ging sowieso durch den Kampf wieder viel zu lange. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid zum Pokémon Schwarze Edition. Bis dahin allerdings, habt einen wunderschönen Tag, beziehungsweise wunderschönen Abend. Und was dich angeht, Fuxi, wir werden sowieso einen wunderschönen Abend haben. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.